Was ist das hier für ein seltsamer Ort? Fast gerne, aber Cyberspace. Richtig unheimlich hier, ne? Aber irgendwie kommt mir das hier alles auch so bekannt vor. Ich weiß es nicht. Aus der Vergangenheit, da kenne ich ja auch... Auf jeden Fall bin ich mal nicht allein. Was ist davon? Oh nein, oh nein. Das glaube ich jetzt nicht. Ein echtes Monster? Aber dieses Monster habe ich noch nie gesehen. Wo kommst du denn her, hä? Das muss eine von diesen neuen Link-Kreaturen sein. Na schön. Es gibt wohl nur einen Weg, um mit diesem Drachen fertig zu werden. Ganz langsam, mein Freund. Ich rufe Aussperrwache auf, um deinen Angriff zu blockieren. Offenbar der Tag der unbekannten Karten heute. Offenbar ist dies nicht mein persönliches Deck. Mal sehen, was es noch zu bieten hat. Ich spiele mein Top-Dev-Karten. Das bedeutet, indem ich die obersten 10 Karten meines Decks aus dem Spiel entferne, darf ich zwei neue Karten aus meinem Deck ziehen. Sehr gut. Als nächstes rufe ich Sicherungssekretärin auf. Und da ich sie mit ihr mit der Spezialbeschwung geschworen habe, kann ich noch ein Monster aufrufen. Und zwar, ein Stapel wieder Belieber. Was ist das? Das ist doch nicht möglich. Das ist auch ein Link-Monster. Na schön. Zeit, dies zu beenden, um die erste reale Link-Beschwörung überhaupt durchzuführen. Sieh gut her. Ich lege alle meine drei Monster von meiner Spielweltseite auf den Friedhof. Um diese Karte aufzurufen. Darf ich vorstellen? Und da einer seiner Link-Pfeile auf meine Aussperrwache zeigt, erhält er ganze 500 Angriffspunkte extra. Es ist nun sobald. Dekodiersprecher, mach dem hier ein Ende und besiege den bösen Drachen. Gut gemacht. Wir haben es zusammen geschafft. Ich werde langsam zu alt für solche Sachen. Leider hat dieses Ungetüm meinen Hut weggepustet. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich eigentlich bin. Hey! Bist du das Kuribor? Danke, mein Junge. Da geht es einem noch gleich viel besser. Und was ist mit euch, Leute? Wollt ihr wissen, wie ihr am besten mit Link-Monsteren umgehen könnt? Kein Problem. Dann verpasst auf keinen Fall mein kommendes Tutorial. Denn dort bekommt ihr professionell fast alles erklärt, was ihr im Duell über Link-Monster wissen müsst. Egal, ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid, auf jeden Fall bekommt ihr in diesem Tutorial alles über die neuen Regeln erlernt. Mit der Einführung zur Link-Beschwörung, über praktische Test-Duelle und bis zu einer detaillierten Analyse ist alles dabei. Bleibt dran und abonniert jetzt den Kanal, um auf keinen Fall das neueste Video-Tutorial zu verpassen. Und frischt euer Wissen über die aktuellsten Yu-Gi-Oh!-Regeln auf. Fragen und Kommentare beantworte ich jederzeit gerne unten unter dem Video. Wir werden euch das erste Karten jemals ausgehen. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Jetzt stellt sich trotzdem noch die Frage, wie ich die hier rauskomme. Was ist das? Ist das eine Fernbedienung? Äh, wenn ich jetzt einen Knopf drücke... Das war ja einfach. Klasse! Nochmals danke, Kurivo. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020